Merry Christmas! Hallo miteinander, herzlich willkommen zum heutigen Advent. Wir haben für euch zusammen mit Haida ein super Päckchen geschnürt. Und zwar ist das das Christmas Set. Das ist der Enthusiast Kit, welches schon bekannt ist. Zusätzlich haben wir hier noch einen Drop-in 1.8er Graufilter. Der Enthusiast Kit kostet 4,99 €. Dieser Filter kostet 110 €. Ihr kommt das Pack heute zum Aktionspreis von 469 Franken rüber. Und wir haben für euch 20 Stück von diesem Set am Lager. Und der schneller ist der Geschwinder. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit und viel Spass nachher mit dem Set. Tschau zusammen! Vielen Dank! Tschau!